Neidet doch einfach. Was? Neidet doch einfach. Let's not pre-pro- Oh. Text? Ja. Text, den ich nicht lesen werde. Ich schon. Story-Banause. Oh. Die Sporendichte ist mittlerweile so stark, dass unsere Ausrüttung wirkungslos wird. Äh, ja, klingt gut. Nervig. Euer Team ist unsere letzte Verteidigung. Natürlich. Es liegt nun an euch, die Kerne zu aktivieren und zu schützen, die wir zum Starten der Schiffe brauchen. Oh. Naja. Eben, Zipidisten. Oh, da oben ist wieder so'n... So'n Feuer, Feuer, Feuer. Einer. Sparkel. Sparkel? Sparkel. Ja. 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 Oh, die Lamp ist mini. Irgendwie. Bei der letzte auch schon. Ja, aber bei der letzte auch mal erkunden wir ein bisschen. Wir nicht. Let's find the Knopf. This time. Bus-sys-time. Aber hier kann man nicht reingucken, also... Ich will immer Secrets haben, aber ich hab immer keine Secrets. Die sind voll scheiße, die Entwickler. Was denn? Es gibt Entwickler, die haben gar keine Entwickler. Sondern die Content Designer. Es gibt auch Spiele, die haben gar keinen Entwickler, Simon. Ja. Entwickler, die haben keine... Es gibt auch Entwickler, die haben gar keine Spiele. Ja. Stimmt auch. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ey, aufpassen. Aufpusten. Ich schieße wieder zu den Seiten raus, oder? Ja? Ja, ja. Wenn du so weit nach unten seelst. Ja, stimmt. Ist auch cool. Ich finde diese komische Schwebetöpfe interessant. In... Grünzeug drin. Ich finde die erstaunlich sinnlos. Ja, aber... Heilig, man. Feng Shui und so. Son. Hat voll Feng Shui. Ha, voll Feng Shui. Ey. Shure. Boah, da oben kann man schon mal raus. Ne, kann man... Was ist dein Feng Shure, oder wie? Feng Shure, genau. Da fangst du eine... Scheine aber. Der einfach nischt ist, ne? Nischt. 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 Hey, are you hurt? Ja. 20 Minuten bringen wohl Lockerfolge. Ja. Man konnte ja nicht wissen, dass das so eine unglaubliche Lame-Map ist, oder? Ja. Hm. Hier ist aber auch nichts zum Anschauen. Nicht so ein riesen Vieh, das wieder rumlatscht, oder? Hä? Ja, das haben wir erledigt, glaube ich. Fast. Ja, wir können trotzdem irgendwie nur sterbend am Abgrund runterhängen, oder irgendwie sowas. Jaaaa. Das kommt ja in Senktum 3. Mal gucken, ob die bis 3 zählen können. Das heißt dann plötzlich Senktum 4, oder so. Ja, ne? Windows 7, 8, 10. Ja. Das hat aber einen Grund. Da weiß ich. Ich wusste ihn auch mal, aber ich habe ihn wieder vergessen. Das war, weil die neuen in den meisten Codes schon für die Realisation für Windows 98 genutzt wurde. Ah, stimmt, 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 ja. Und dass die ganzen Programme sonst denken, oh, schau mal, 98. Da laufe ich nicht drauf. Hm, genau das war's. Sonst sollten sie das aber am besten gar nicht Windows 10 nennen. Und dann irgendwie was anderes. So, wie Windows Vista? Wenn die den Namen geben, die keine Zahlen sind, wird daraus scheiße. Ach, wieso, Windows XP war okay. Das waren auch keine Zahlen. Stimmt, ja, aber Windows XP ist auch kein richtiger Name. Vista ist so wieder dein ganzes Wort. Ja, das muss ja nicht, keine Ahnung. Hm, könnten das heißen? PX vielleicht? Windows PX? Quark des XP. Hi, Windows. Hm. Das ist... Nobel. Ah, cool, kann ich einen Kern damit schaden? Hm, glaub nicht. Oh. Ist ja cool gewesen. Ja, auch Konservativ. Ach. Ich hab übrigens nur alle, ähm... Time up? Du hast hier gesammelt, ne? Jo. Wofür auch immer. Hm, hm. Besteh-Party. Damit ich's nicht zöken kann. Oh. Hallo. Ja, 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 ja. Du musst halt grad was Faires schüren hier, diese... ...Abend-Dämmerung. Mag was? Ja, doch. Ja, doch. Nein. Dann nicht. Das ist nur Markus, der grundsätzlich immer schon im Bereiten-Modus ist. Egal was los ist. Ja. Na, du gehst raus. Ha. Ja. Ha. Muss ich bloß Simon die ganze Zeit voll ballern. Ha. Mach's gut nicht. Kannst du auch nicht. Ha. 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 geht es immer noch zu weit weg ja also ein bisschen mehr könnte es schon noch gehen warte mal geht mal einer rein ja ich da hochkomme glaube ich nicht kannst du dich noch bewegen ja weißt was schlimm ist du hältst alle schüsse auf niemand kann es verstärken oder das sieht auch voll fancy aus boah ok gocculus zapp in my sentry ja mit seinem Gesicht das ist so leute die das von der entfernung sind die werden sich auch denken def warum ja nur irgendjemand der auf dem riesenkanotum draufsteht und sich elektroschock therapieren lässt und naja ist doch geil er ist masochist das wussten wir doch schon vorher ja die machen genug schaden für locker 1200 schaden pro schuss und das dann sich über sich zu ergehen lassen ok mal schauen ob ich die jetzt alle vier auf einmal abräume ok der war schon nicht schlecht da ist ja einer auf der insel gelandet äh jawohl da ja steht im grünzeug äh marcus ja kannst du mal kurz bitte aus dem bereich der status rausgehen naja klar weil wie du vielleicht weißt die ruffle noch einen viel stärkeren ruhigstoß hat äh was ist das das ist die hier das ist das kampfgewehr ah voll eingelocht der erste seite lol könnten da golf spielen oder so ich hab auf den in der in der in der in der im links geschossen und die ist jetzt dahinter hinter dem kern gelandet in dem grünen feld die krieg ich da weg weg ist die woanders hingeflogen an anderen ort im grünen feld die muss da weg die krieg ich da weg und wie ich die wegkriege vor allem die marcus die einheit ah ja located hä hui einfach weg wenn nicht ich hab nicht gesehen wo der hände ist hier an die andere elke und einfach unten so ungefähr hier ok hey geil schieß warte mal ich hab ne idee versuch mich mal abzuschießen wenn ich in der luft bin ok ich muss aber ich springe aber von mir weg dann ok ganz zu tief ich muss mich von unten treffen ja wo ist er hin nicht schreien ja schreien warte mal wer geht sk schreien ist uhr schreien warte mal warte mal schreien guck da mal zu, ne? stimmt, wir könnten eigentlich zugucken ist mir auch langweilig, okay, ja plus jetzt schon? ja, ja boah, das sind ja Homing-Dinge krass die von den Mutierern, die projektieren ja, die Homing-Ding ja sehr interessant der wird los los, los, los los, los, los los, los los, los die schlagen alle im Ein-Takt das sieht so geil an Krieger 4 plus, ja 6 plus ist auch schöner ja Der kann leben und leben und leben. Ich hab auch nicht mehr allzu gut. Guck mal, der wabert schon wieder. Oh ja, hab ich nie gesehen, dass der wabert, ja. 7, 8, 8 plus. 9. Ich frag mich, wie hoch das geht. Und tot. Guckst du mir das Leben an so ein Kriecher? Ja, total. Ja, 29. 33. Schalt mal den Schaden von den Türmen aus, schau dich jetzt mal an. Boah. Das ist ein Schaden von den Türmen. Wow. Ich frag mal den Schaden von Simon aus. Naja, Simon hat jetzt die Runde nicht so viel geleistet. Das sieht man schon ganz deutlich. Leider. Mhm. Also da musst du noch nachstocken, Simon. Ja, ja, ja. Schau dir mal alles aus. Ach, wenn man nur... Ich hab... Wenn du nur dich selbst anvisierst. Ja. Wir hätten sehen können, wie viel Sprünge wir gemacht haben. Ach komm. Seh ich jetzt zum ersten Mal. Ja, ich auch. Ach komm, ey. Das haben sie ja richtig intuitiv gestaltet, ey. Unglaublich. Hätte man sofort wissen können, ne? Ja. Ja. Du solltest irgendwie so ne Möglichkeit haben, sich alles anzeigen zu lassen und dann entweder als Tabelle oder als Graf. Hm. Ja, Sanctum 3. Sanctum 3, the return of the mutants. Ja. Genau. Mit... So. Radtönen. Und so. Tja. Auf dann. Auf dann. Dann machen wir das nächste Mal das Radar und die geheimnisvolle letzte Map. Jo. Hobatiri. Was hat er gesagt? Hobatiri. Ja. Falsch ist gruselig. Falsch ist gruselig. Falsch ist gruselig. Nein. Oh, Frey. Ja. Tja. Ist doch leicht zu verstehen. Ja. Tja. Ist doch leicht zu verstehen. Nein. Ich weiß nicht was du hast. Ja, aber sicher nicht. Weißt du uns. Aus solchen Bundesländern kommen dann die Forderung, dass Ausländer Deutsch sprechen sollen zu Hause. Ja. Machen die Leute doch selber nicht. Unds ja. Nee. Tuns ja nicht. Dialekt und eine andere Sprache ist ja nun mal was anderes. Geh? Ja. Ja, weil der Dialekt so abstrakt ist. Na. Ist nicht abstrakt. Das ist heimisch. Naja. Das ist... Das ist... Das ist so wie wenn's daheim brichst. Ganz normal. Du hast richtig Probleme so zu sprechen, oder? Nein. Eigentlich nicht. Ich bin... Bloß wenn ich's extrem betone. Ja. Es klingt nämlich so ein bisschen, als würdest du teilweise überlegen, wie du es aussprechen sollst. Naja. Nee, das nicht. Joa. Also, auf dann. Ja. Wollt noch wer was sagen? Nö. Okay. Ja. Ja. Ja.